Square Enix United Front Games I'm the Sleeping Dogs Drücken Sie eine BDV-Taste um vorzufahren Version 1.5 So und damit herzlich willkommen zu einem Let's Play von Sleeping Dogs Mein Name ist JacksWastedLife aka Mike und ich habe mir zur Unterstützung meinen Bruder geholt DeathLP Stell dich doch mal vor Also ich bin der André, ihr kennt mich ja bereits So viel dazu Gut, dann fangen wir doch mal ein schönes neues Spiel an Ich wollte gerade sagen, nicht lang rumfackeln, sondern gleich loslegen Richtig, genau so ist es Wollen wir automatisch speichern? Natürlich Also ich habe das Spiel schon mal ein bisschen angespielt Also wir haben das beide schon mal ein bisschen angespielt Nur um uns halt so ein bisschen vertraut damit zu machen Und dann schauen wir uns doch mal das Intro Video an Das Spielens von Square Enix und United Front Games ist Richtig Dann geht es Dann geht es Dann geht es Ich bin nicht zufrieden, ich bin nicht zufrieden. 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 Wir sind auf der gleiche Seite. Ich bin nicht zufrieden. Hey, ich habe Geld? Ja, ich habe Geld. Hey, was ist der Land? Was? Ich habe einen Mann, der hat sich in die Nachricht. Schau, holen Sie mich? Wir müssen uns hier sehen. Scheiße, ich will nicht hier. Schau, ich kann Ihnen drei, vier Kiefer pro Woche, wenn Sie wollen. Entschuldigung. Hey, mein Schiff ist nicht gut genug für Sie? Hey, was Sie passiert? Was ist denn da? Wer ist denn da? Hör mal. Hör mal. Hör mal, mein Freund. Bist du so? Nein, nein. Vielleicht können wir ein paar Sachen ausprobieren. Huh? Wenn Sie mich certification haben, was Sie ist? Sie wissen, Sie wissen, ich bin der? So, die Familie, bitte nicht sie schünen. Das ist es nicht! Es tut mir. Hör mal. Hör mal. Hör mal. Hör mal. Hör mal. Hör mal! Hör mal! Hör mal. Hör mal. Hör mal. Hör mal. Hör mal. So, und wie man sieht ist das Spiel nicht gerade für Zartbeseitete, also es ist ein wenig blutig. Ich dachte, wir reden auf Japanisch. Heute nicht. Heute nicht, heute nicht. Kann man Japanisch-Wörderbuch vergessen, deswegen sprechen wir jetzt einfach nur auf meine Muttersprache. Ja, ich verliere mein Ziel nicht, keine Sorge. Da geschwindet mir die rote Kiste, springen uns einfach mal den Arbeitern, den Arbeitstag vermiesen. Du hast den Fisch aus der Hand getreten. Richtig. Genau so ist es. Der ist von Fisherman's Friend. Oh Gott. Oh Gott. Jawoll, richtig drauf. Striptease? Habe ich auch verstanden, ja. Oh. Na jetzt auch mal schnell. Vielleicht mal Essen für den Tag mitnehmen und größer. Na gut, unsere Kumpel haben sie jetzt schon mal, aber mich kriegen sie nicht. Weiterlaufen. Richtig. In welche Richtung? Weg. Weg ist erstmal ne gute Idee. Da stand weiterlaufen, nicht Türen eintreten. Ja, ich kann aber nicht, da ist ne Tür im Weg, also muss ich weiterlaufen. Ich bin Kopf durch die Wand. Ja, das wird es dann wohl gewesen sein. Ching ching. Ching chong. Ja. Ja. Okay, wir haben das Recht zu schweigen, aber wir tun es nicht. Nein, auf keinen Fall. Wir wollen kein Gameplay. Richtig. Ja. 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 We're not kids anymore. Whatever man, ask anyone. Jack and Ma still look good. Jack and Ma is still the same old. Good to see you. The fuck, they finally deport your ass from the United States? Mutually. The time I came home anyway. Yeah, lock up. Home sweet home. So what did they get you on? Nothing that'll stick. Ha, well don't let them pin any extra shit on you. Fuckin' will try, let me tell you. But staying here for old prosperity, happens all the time. Hey, so you still in touch with any of the guys in there? A few, you know. We kinda go there separate ways, but... You remember Winston? He's moved all the way up to Red Pole in the Sun on Yee. Got a couple of things going with him right now, matter of fact. Huh. Red Pole in the Sun on Yee. Shit, Doll Guys always said he'd be running that neighborhood. Oh, Doll Guys is a Red Pole too. He's still a total punk guy. The one who got Winston in it. We were pretty tight back then, but... Now... Hey, wasn't Doll Guys? He was just good. That was a long time ago. Hey, you remember when we were kids and you stabbed Doll Guys with a pen? You totally saved my ass that day. Oh man, I gotta tell Winston that story. He'll fuckin' love it! Man, Wade fuckin' Shen. In the flesh. I can't believe it. There's your mom! Looks like I'm outta here. Hey, Jack. So look, you and Winston never need help with any of that shit you got going on with him. Of course, man. Look me up when you get out. Just be like old times. I can't believe it. It seems that the evidence against you has failed to appear. How do you explain that? You must be a very dangerous man, Wade Shen. That is exactly what we want to think. I trust that my men weren't too rough on you, officer. Might ask them the same question, sir. Those guys are out of shape. It paid off for them. I made contact with Jackie Ma. I'm in. Good work. Use him to get close to Winston Chu. Do whatever it takes. Raymond here will be your handler. You will report everything through him. Our intel suggests that Winston is looking for muscle. You need to find a way to make him trust. I have done this. Not in Hong Kong. American gangs, even Asian ones, don't compare to the Triantir. Sun On Yi is the most powerful gang- Look, Raymond. Your name is Raymond, right? Yes. I grew up with these guys. I know who they are, what they are. All the intel reports in the world won't give you that. We want the Red Bulls. The lieutenants like Winston. All of them. Most of them. And most of them. The Drageter. Candidly way. Previous attempts to get close to him, haven't they? And, uh, we don't have much to go on. That's why you're here. I'm hoping that you can bring something more to our investigation. I understand, sir. You're welcome. The sooner I'm on the street, the sooner I can start. Raymond will be in touch. Oh, and Wei. Good luck out there. Respectful, sir. Are you sure about him? He'll be under extreme stress maybe for a very long time. Now, I'm not sure he has the discipline to hold up. According to the file, he has a history of, of extreme behavior. Yes. And an astonishing number of convictions. He obviously blames a twice, but what happens to his family? He gets hurt into a lieutenant. Raymond. Wei Shen is perfect for this job. Wei Shen? Man, this is gonna be great. Thanks again, Jackie. I appreciate the intro. No problem, man. By the way, you know, I tried to look you up a few years back, but I couldn't find shit. They have the internet in America. I think they're getting it next year. Guess you were in prison or something. Come on, let's get out again. Anyway, we'll let's get to know what I'm talking about to him, this film's movie here. Finally, we'll be playing with him. We're gonna have to play it with him. We're gonna have a fresh wind in the middle of the end? We're gonna have a cold wind. We're gonna have to take one. I'm sure. Aber die sexy T-Shirt, ne? Unbedingt, unbedingt. Schau dir den an, ein Schläger der Triaden, ja, ist klar. Aber er hat so ein Menger-Täschchen. Ja. Schon sehr Metro-Sex. Mhm. Ich würfe da hinten schrieme in der Zwischensequenz. Tja. Ich würd sagen, ey, dann gibt's noch ein bisschen was auf die Fresse hier. Na, Kongo. Einen schweren Schlag ausführen. So, wird gemacht. Eine Power-Knie-Attacke. Juhu. Sie können bis zu vier leichte Schläge kombinieren und die anderen schlischen Schlag abschließen. Macht doch doch mal. Find ich sehr gut. Den haben wir schön durchs Intervior gezählt. Na. Ja, also geht doch. Aus meiner Perspektive soll das aus der Hälfte in den Kopf uns gegeben. So ungefähr, ja. Ja, komm her. Wir sind also eine Kampfmaschine. Ziemlich. Ach so, ja. Ja, locken den Gegner packen. Und schlagen. Tippen Sie die linke Maus, das da. Können wir ja. Schlagen. Macht nix. Jetzt mehr. Also, wenn du das Video pausieren, können Sie lesen. Zerren. Zerren. Also, rennen. Au. Der war schmerzvoll. Ach, das ist der neue Tisch, der Firma Blut, ne? Ja, ja, ja. Es macht Spaß, die Leute rumzuwerfen. Das machen wir mal in echt. So. Oder? Richtig, richtig. Ich verrate euch jetzt nicht zu viel, oder? Nein, 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 nein. Ich werde gerade momentan nicht von der Polizei gesucht, also kannst du euch verraten. Passt schon. Okay. So. Wir sind ja auch hauptberuflich Frauenschläger. Richtig, richtig. Und, ähm, ja. Ja, das reicht schon. Genug zu unserer Person. Ich wollte jetzt irgendwie ein Witz mit Asiaten bringen, aber ja, Nudel. Äh, Nudelpresse. So. Ja, komm her, Kollege. Gegner packen. Ein Fetzer kommt selten alleine. F und geb ihn. Jawoll. Ja. Hast du gesehen, das Tor war noch mit seinem Bauch drin? Ja. Ja, das sah wirklich übel aus. Ja, okay. Was, du fucking asshole. So, everything's cool? Hey, welcome anyway. Come on, Jackie. Let's go see Winston. Kennen geschehen? Der Karl hat gar nichts gemacht. Natürlich nicht. Here we are. With his mom home at the restaurant. Das bisschen Körper, was da in dem Unterhemd drin ist, dann würde ich auch nicht in den Kampf gehen. Oh, okay. Oh. Oh, okay. Oh, what the fuck did you think you're going? Relax, man. This is Wei. Wei Shen. I told you about him, remember? Oh, fuck. We can't keep track of your bullshit friends, Jackie. No outsider. He's not an outsider. He's from old prosperity. Like us. Hold you all day tomorrow. Wei's old school, you know? I grew up with the guy. Oh, there you are. I think I'm going to pay you down. I've been on vacation. Jackie said you were looking for people. Oh. Yeah. No, 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 no. You should have seen it, Winston. Wei just beat up like 10 of the dog-eyed guys in the market by himself. Oh, hey, man. They attacked us. Seems to me you could use them better help. Come on, yeah, huh? Winston, I don't like this cock, little fucker. Wait, wait, wait a minute. I do remember you. You had a sister, right? Am I at? Yeah, thank you. Jimmy, Jimmy. Yeah, I remember her. How about with all guys? No offense. Don't go down. Where is she now? She's dead. Sorry. Oh, you see her. So, 10 guys, huh? You're fearless? That's just crazy. Try capable. We'll see. Conrad. You know that problem we got in the market? Why don't you take away with me? When did you pull, I'll do this. I'm going to give you more about my friends. What do you do?